. Wie sieht die perfekte Tourvorbereitung für dich aus? Prost. Proben, Proben, Proben. Monatelang kein Alkohol, keine Drogen. Straight edge. Das muss ja ganz klar dazugehören. Eine Frage. Wie viele Schlüpper nehmt ihr eigentlich hier mit? Eine. Ne. Wozu? Total übergewertet. Wie lange sind wir unterwegs? Nehmt ein 100er Pass, einen Wegschlüpper mit. Und ich bleibe dann die Verborgen von ihm. Micha, kennst du dann eigentlich alle Tourtermine? Ne. Sollte ich. Kennst du einen einzigen? Na komm. Und war dabei. Und noch einen? Schwerin? Auf Tour. Schmalle! Schmalkhalten! Wir. Lolli. Kekse. Führerschein. Keine Ahnung. Cut. Bonbon. Schlafsack. Socken. Ein Schaf. Und zwei Blumento-Pferde. Zwei. Wir sehen uns auf Tour. Nösserchein. researching. Danke.